ja dann sage ich einfach mal ein herzliches grüß gott und willkommen bei naturlicht energie e.v wir haben natürlich heute ein brisantes thema rausgesucht aber vorher müsste ich ein bisschen organisatorisches noch... ist alles biologisch... ja kann also jeder ist ohne fleisch ist ohne fleisch hat jemand irgendwelche unverträglichkeiten und was unser verein macht das habt ihr vielleicht schon an den rund mails mitgekriegt wir machen auch so ofenbauseminare zum beispiel da ist so ein stück der ist noch nicht ganz fertig da werden die oberflächen noch gemacht dann machen wir wildholzbau also die treppe haben auch gemacht im verein halt und im seminar dann was alles was boden betrifft bodenaufarbeitung mit kohle der rapreda sagt wahrscheinlich auch den meisten was wie man die kohle herstellt und so weiter dann machen wir lehmputze lehmwandheizungen und solche sachen also das machen wir alles hier im verein und wenn jemand wir schicken es ja immer rum wenn jemand interesse hat was das seminar zu besuchen könnt ihr gerne machen ja also das war's von meiner seite aus dann wünsche ich euch viel informationen heute oder infos und viel spaß und einen schönen Tag youtube und weil Vielen Dank.